Hallo und herzlich willkommen, ich bin Macamaga und willkommen zu meinem Gameplay mit diesem Kanal, jetzt gibt es wieder eine Runde Fortnite Battle Royale mit den Hightower und mir lasst ein Like da, wenn es euch gefällt und ja, let's fucking go. Go, 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 go. Go. Ja, von mir aus sind wir noch nie raufgesprungen, oder? Doch, schon. Aber weil das ja so dicht ist, kamen immer andere noch. Wie sieht es aus aus? Ich gehe auch bestätig. Ja, ich gehe jetzt mal auf den Platz, da ist was zum Schießen. Ich sehe auch keinen, der runterkam. Ernsthaft? Ich habe was für den. Was hast du denn schönes? Eine grüne Eie. Eine grüne, hast du zwei Eie? Ich habe schon eine, ich habe schon eine grüne Eie, eben gerade in der Kiste gehabt. Im Container ist noch eine graue Eie. Das brauche ich nicht. Aber ich habe auch was für dich. Entschuldigung. Warte mal. Ich droppe dir das. Yeah. Dann wollen wir mal los. Ich brauche irgendwas blaues noch. Schnauze. Ich brauche jetzt mal eine Pumpe. Ja, eine Pumpe habe ich aber eine Oldschool. Also die Pumpe. Pumpe. Die machst du für Pumpe. Eine Kiste ist ja schon mal. Äh, willst du eine blaue Salve? Eine blaue Salve. Und ich habe jetzt eine Lila Ska. Jetzt echt? Ja, die ist hier in diesen eingegeldeten. Ja, Thomas. Willst du nochmal eine dritte Grüne Eie? Und ein Jumppad habe ich für den Notfall, Junge. Aber du weißt, was es heißt, wenn ich eine Ska habe oder wenn einer von uns beiden anfangen Ska hat. Die Runde wird scheiße. Ich habe ein kleines Schildes für dich. Ich habe einen Großen. Okay. Dann warte ich mit den Großen noch. Bam, 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 bam. Ich brauche ja noch eine grüne Taktische. Habe ich? Ja, hast du doch gesagt, dass du eine grüne Taktische für mich hast, ne? Nein. Eine grüne Ska... Ah, er hatte ich für dich. Achso. Aber guck mal, was ich noch für mich habe. Was denn? Hey. Den kriegt man aber momentan ganz schön oft, ne? Kann das sein? Achso, hast du da vielleicht... Knallbunzen? Klar. Zwei Stück. Gönn dir. Bratz alles nieder. Hier ist eine Pumpe. Da unten sieht es aus. Hey, die habe ich gesehen. Ich habe hochgebaut, du Nacken, Junge. Klaut er mir die Taktische, ey. Du hast ja hier, warte hier. Was denn? Ach ja. Du hast ja eine grüne. Bin ich auch zufrieden. Ja, du hast die Ska, ich habe die blaue. Ja, alles gut. Aber wenn eine Lila eine Taktische ist, die nehme ich dann auch gern. Ne? Außer du findest sie als erstes. Komm, ich trete nicht so gut wie du, aber ich brauche hier ein bisschen mehr Damage. Ey, du bist mittlerweile auch schon richtig gut. Das hat Kevin sogar selber gesagt. Wo er, der guckt ja aktiv unsere Videos. Und er sagt, du bist mittlerweile auch richtig gut geworden. Das ist ein riesen Unterschied zwischen den ersten Videos von uns. Aber unser erstes, äh, ersten epischen von uns. Weil wir mittlerweile trauen wir uns ja schon etwas mehr in die krassen Objekte rein. So wie das eine Video, was ich ja, äh, eingesperrt habe, wo wir gleich ein Tilted rein sind und Tilted überlebt haben. Ja, und pushen trauen wir uns mittlerweile. Das haben wir uns ja vorher noch nicht so wirklich. Aber auch nur, wenn wir einen Down haben. Ja, anders kannst du ja auch nicht machen. Außer wenn du hinterhaltmäßig reingehst, ne? Wenn du Down hast, dann machen das ja sowieso alle. Pushen. Hier ist noch eine grüne Pumpe. Ah, ne, du hast ja eine taktische. Hey, die haben hier oben gar nicht gedoodet. Ich habe auch eine grüne taktische jetzt. Die taktische ist ja so nie. Äh, blaue meine ich. Also wir haben einen guten Loot. Das kann nicht gut ausgehen. Wir dürfen den Loot eigentlich erst bis kurz vor Schluss der Runde kriegen. Weil dann sind wir richtig drin. Dann sind wir auch würdig, solche Waffen zu benutzen. Oh, wir brauchen mal Raketen. Raketes? Ich nehme mal die Impulsgranate mit, ne? Scheiß Schränke. Wo bist du? Ach, da war noch eine Kiste. Der Edoch wurde angeschossen. Ja, ist er dicht? Nö, das ist was nicht. Oh, was liegt da denn schönes? Äh, es könnte ne... Ach, ne Schalldämpfer oder Diegel hätte ich jetzt erst gesagt, oder? Ist ne Schalli. Der ist mal die Granaten mit. Ohne noch das rote Backsteam raus. Wenn du meinst, da ist noch was drinne. Hm. Bin mir nicht sicher wegen Fallen, ey. Da hab ich echt Angst. Ich bin jetzt diese Woche mindestens in 10 Fallen reingelaufen. Ohne noch ein Turm? Ja. Kann's gedrückt halten, Thomas. Mach's dir das einfacher. So, ich rauf gehen oder du? Ich geh mal fix rauf. Wo ist der mit der Skar hier, weißt du? Ich hör keine Kiste. Hier ist nur ne grüne Pumpe hier oben. Hat's dir nicht gelohnt. Mach ich mal Munitionskiste. Alles klar, Thomas. Ich will Action. Wo ist die Action? Oh, noch mal schönen Granaten. Granades. Ja, ich hab 16 Schuss. Und mein Granat. Die Zone ist so un... Man kann jetzt nicht sagen, wo was endet, ey. Ja, aber jetzt gleich können wir es sagen. Loot Lake. Teilweise tilte. Aber es wird, glaube ich, ein bisschen mehr an Loot Lake enden. Enden. Okay. Hey, hier ist noch Munitionskiste, Thomas. Oh, ne. Oh, der wird gebaut. Richtung Osten. Hätte sein können, dass da Raketen drin sind. Ja, aber da müssen wir nicht hin, Thomas. Wo wurde das frisch gebaut? Oh, da ist einer am Haus. Am Haus. Am Haus. Die müssen ja eh in diese Richtung. Vielleicht können wir die abfangen. Deswegen, lass doch hier hinter den Felsen warten. Ich bin hinterm Auto. Da baut einer hoch. Ja, das ist der, der von dem kleinen Haus kam. Der ist jetzt hier vorne. Der ist jetzt hier in der Hütte. Ich sehe aber nur einen. Kann das sein? Ich habe ihn jetzt weg. Und ich habe keine Arme raus, Alter. Ein Jump Pad? Ich habe auch ein Jump Pad. Da, der andere ist nach oben. Das ist einer, der leuchtet. Der leuchtet, der schwarze Astronaut. Vorsicht. Gib ihr Entdeckung. Der kommt zu dir. Anscheinend, glaube ich. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, der ist hinter der Steinhütte. Siehst du ihn? Der ist hinter dem Stein. Hinter dem Stein? Nein. Ja, auf der Stein hat er gesetzt. Okay. Ich habe einen Arm raus. Ich habe ihn, Thomas. Ich habe ihn, Thomas. Die Zone ist noch ein bisschen weit weg. Können wir das Medikid. Am anderen haben wir ein Jump Pad. Zwei Stück sogar. Stimmt. Gib mir das Medikid. Machen wir das Frührein. Was haben wir denn hier schon? Wie anders ist es mein Mann. Ja, Panzer. Willst du den Granatwäfer? Achso, du bedroppst ja den Granatwäfer. Was hat denn der da unten alles gehabt? Wie schön ist. Da liegt noch Munition oder sowas. Hier ist der Granatwäfer. Jo. Wir haben noch nichts zu verbinden oder so. Ich meine, ich wurde noch nicht angeschossen. Ich habe noch zehn Verbände. Ops. Ja, alles gut. Ne, wenn du die... Ne, wenn du die... Ne, braucht man nichts. Ne, ne? Zwei Schuss. Ist klar. Ist das sogar ein bisschen wie ein Geschicht. Aber der andere war irgendwie so glatt angestellt. Wir sind schneller als die Zone. Der baut nicht. Ich habe ihn gesehen, wie er sich da rausgebaut hat. Weißt du? Ja, Schatz, ich will locker. Ja. Warum die Jump Pits nicht verschwenden? Ich habe auch noch zwei Fallen. Das ist sehr geil. Da wird immer auch noch Straßverkehr geben. Ich bin einfach... Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen, mehr zu hüpfen. Weißt du? Oder nicht einzubauen. Ja, aber irgendwann kommt das, Thomas. Guck mal, siehst du ja, eben gerade habe ich die auch schon eingebautet. Es gab Zeiten, da habe ich die einfach so hochgeholt. Hätte ich weggeballert werden können. Eben gerade so ganz schnell. Zwar war es auch ein bisschen langsam. Oh, warte. Vorsicht. Ich sehe, ich sehe. Sind da welche? Du hast... Du hast zum schnippen so ein bisschen. Ich gucke, ob... Wir müssen auch die Zone, welche rauskommen. Wir sind direkt am Zone. Oh. Oh, weiß. Wir müssen eigentlich auf den Berg. Der ist voll mittig. Wenn da nicht auch schon welche drauf sind. Wollen wir hier links lang am Berg hin? Wie findest du die Idee? Warte, warte. Ich habe Bewegung gesehen am Holz. Unten. 345, äh, beim Baum. Das Holz. Siehst du? 345. Äh, 330. Äh, 300 jetzt. Das meinte ich da hinten. Siehst du? Aber wir haben eigentlich auf dem Berg... Wir haben ja nichts zum schnippen so wirklich, ne? Nö, ne. Das ist das nächste Ding. Oh, hier, bei dem Container ist auch was. 30, 30. Da habe ich auch Bewegung gesehen, Thomas. Wir haben eine scheiß Posey eigentlich. Wir haben eine richtig beschissene Posey. Ne, schnippe fehlt uns, ey. Und ein Rocket Launcher. Fuck, ey. Wollen wir hier links trotzdem nochmal lang? Am Berg? Weil... Da werden wir übrigens nicht von da gefestissen. Und in 13 Sekunden geht die Zone auf. Ah, auf mich wird geschossen. Komm hoch. Wir sehen. Ich bin jetzt hier an der Seite vom Berg. Ich bin jetzt in der Zone. Komm her, ich muss nachladen. Ach, scheiße. Oh, ey, finish dich, ne? Hab mir ausgenommen. Ich mach ihn alle. Da hab ich noch wieder ne Armbrust, ey. Ich hab ihn fast down. Ein Treffer noch. Der hat sich auch wieder so ruckzuck eingebaut, die Sau. Ich trau mich nicht. Geh nach. Ich bin alleine. Rotz die Wecke. Schmeiß noch ein paar Granaten so zwischen den Bäumen drüber. Ja, ich hab keine Granaten, ne. Das ist das Ding. Ich hab nur Impulsgranaten. Ich hab dir die Munition dafür nicht gedroppt. Ich hab nur 5 Stück, ja. Ich werde 20 sein. Ist das da, oder was? Das war eine goldene Skane. Ja, hab's gesehen. Ich bin jetzt voll angespannt. Da ist er halbautomatisch. Ja. Es sind nur noch 6 Stück. Links ist der Erdropf. Da ist bestimmt jemand hoch. Obwohl er ziemlich offen ist, ne? Ja. Was sah denn schönes Goldens? Minigun und sowas. Minigun und sowas. Du musst raus, was ist jetzt so. Wer baut sich den Erdropf dahin? Hast du gesehen? Kann er ja. Da ist was in den Landes drin. Ganz kurz. Ja. Keine. Ja. ich muss auch noch dazu nicht zu hart pissen wo ballen sie ich sehe ich sehe die ballen einiges nicht da bestehen hat die schwein das war so mist die gehen bestimmt auf den berg auf ja komm schon die sind auch noch da drin 16 stück jetzt noch die karten müssen bearbeiten sind noch zwei übrig das ist total dumm von mir aber ich riske es trotzdem das ist ich baue dich zu und baue eine treppe das gibt es nicht wieso kann ich nicht ich weiß nicht war das ist das ist das ist das ist das ist